L'lllölölö Optik rusher Werde dich gleich gleich von ihm geschnappt GEH AUUZ DEM WEG TEAM AIC Wenn ich jetzt nicht meinen Spot erreiche... Oh mein Gott Este mich bew STorgan umgebracht WTF ist das so lauuut? er hat wo steht so machte actioniert ich komme und er hat das neue betracht auch vor aber wenn wir die scheiß matte vom flugzeug er ist nicht durch er kommt gegner Oh, diese coolen Typen, die spawntrappen. Oh nein, 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 oh nein. Wow, ey. Wieso müssen wir eigentlich gegen eine volle Party campen? Ja, gell. bei mir auch irgendwie immer der spand einfach so auf sich los schaut ihn nicht an es schlecht aber werden die wir auch ich hätte das so schwul man kann nicht man kann irgendwie mann der arbeit angeschossen wurde er und die ständer zu dritt heute ja auch heute wieder um die wand geohnt ich habe es auch dass die amal im nachhause holen da optik russia er der typ kommt sich so richtig geil vor optik x russia aber auch 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 ja klar ich hatte eh nur versorgt aber auch Ja, Connection halt, ne? Connection's all powerful. Oh, wow! Ja! It's all powerful! Weißt du, ich wurde gerade richtig outplayed von so einem OpticRusher oder so. Ich möchte ihn gerade irgendwie schlagen. Ich gehe gleich nach Russland. Mit Air Berlin oder so. Der hat immer gute Tickets. Halte billige. Gute ist eine andere Frage. Fuck you, OpticRusher! Man muss hier echt campen, weil die so derbe rushen irgendwie. Oh, wow, ich werde schon wieder gone. Oh, man! Okay, andere Waffe. Hast du noch mal deinen Pro-Tipp, wenn's nicht läuft? Andere Waffe. Oh mein Gott, da hängt da in der Luft. Komm her, OpticRusher. Vorräte sind unterwegs. Achtung! Weißlinge Vorräte! Ja, Munition können gerne alle haben. Ja, auf jeden. Er war eine zweite Chance. So ein Halt. Ich find's geil, wenn die alle vom Dach fliegen, nur um das Carepack ist von mir zu bekommen. Ich hab denen gerade eins geklaut. Aufkauf! Aufklärungsdrolle online. Wir haben die Führung verloren! Wir haben die Führung verloren! Wir haben die Führung verloren! Und ich werd wieder von der Predator getroffen. Mein dear! optik russia und mich bei das ist einfach das ding ist die rechten der freund party und packt es nicht uns richtig zu dominieren deine lead prescopes aber jeder hat auch mal seine schlechten spiele ich werde von keiner anderen waffe gekillt aber ich habe auch gerade auf meine acr tryhard gewechselt weil ich es einfach nicht anders gepackt habe ich pellet uns jetzt in den sieg on triple zum teufel wieso ja wir haben gewonnen hihihi zwei mal dezent schwul ohne zu sagen wollen das schwul ist ein schlechtes aber es ist einfach nicht mein stil weißt du es ist einfach nicht dein stil es ist einfach nicht mein stil Nils hihihi also manchmal komme ich mir vor wie fps kyle jeden akzent der welt kann ich irgendwie sag mal es ist fps kyle nicht fps russia das ist doch oder scheiße jetzt hast du es allen deinen abonnenten verraten ich weiß wir waren unter einer decke mit kyle und ja eben russia ach man aber weißt du wie sich meine weltanschauung zerstört hat als ich das erfahren habe äh kann ich nicht vorstellen ich war richtig deprimiert ich dachte so nein wieso nur wieso ist er nicht echt nein ich fand es so geil als er nen dualcom mit sich selber gemacht hat hihihi 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 oh mein kontakt das was ich das muss ich unbedingt schauen, schicken wir mal bitte nachher den link, ey ja aber ja fps russia war auch mal kommentator ich weiß ich weiß ähm halt vielleicht ist das andere nicht deswegen ist das ist äh er war sogar auch als fps russia kommentator echt ja Oh Gott, das ist ja richtig mysteriös. Mhm. Äh.